Willkommen zurück zu Dead Island bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Ich bin Ayahu85 und wir stehen hier mitten in der Pampa und hören eigentlich nur Grunze. Wir müssen nämlich ein Satellitentelefon besorgen, so wie es da stand. Oder da unten. Und ja, ich habe keinen Überblick, wer was hier wo will. Wir machen erst mal Aua. Lass nicht Wasser bleiben. Cooles generell. Gutes Wegen. Weg mit den Sons. Du hast deine Reisetasche dabei. Schön. Kohle trotz im Rand. Oh, da hat auch noch was. Schön. Wir sollen mal aus den Punkten, weil die bringen uns wahrscheinlich dann zum Satellitentelefon. Das ist mal hier. Portemonnaie einfach so. Und eine Frucht. Das ist ein Auto. Schaut den Alarm aus. Ja, wir wollen die ja nicht anlocken. Ja. Irgendwo vielleicht schon, aber. Oder er hat noch Geld anstecken. Und hier auch nochmal. Ach klar, jetzt weißt du, wo wir sind. Hier oben ist ja die Katedrale. Und der Geld ist nicht immer noch. Hehehe. Komm rein mit uns. Ins warme Stübchen. Koffer hast du wieder plündern, ist klar. Der wir eine Batterie haben. Ist alles klar. Ah, wir müssen erst mal suchen eben hin, ja. Händler können wir uns den auch mal angucken. Hast du die Tools gefunden? Ah ne, die Tools. Äh, die Tools. So, und, passen wir mal mit der Frau hier. Viele von diesen Söhnern haben die Polizei genommen. Die Frau, Gin, ging mit ihnen. Joseph ging mit ihr. Und ich für beide von ihnen. Kannst du sie zurückbringen? Ich bringe sie zurück. Äh, da, Mensch. Suche Gin und das Auto. Ja. Lord, watch over them. Joseph ist ein guter Mann. Du musst nach sie suchen. Please, hurry. Wieso denn schon wieder nach Joseph? Joseph, das war, das war zur Hörnie. Oder? Ja. Naja, egal. Komm, mach erst mal hier. Reparieren. Äh, hier ist einiges tot. So, und das hier auch noch mit. So, repariert. So. Ja, hurry auch. So. Ähm. Handeln. Wir können ja sagen, was verkaufen. Ja, hier. Das, was wir nicht brauchen halt. So, bitte Kohle zu kriegen. So, okay. Was hat er hier zum Angebot? Was hat er gesagt? So, wir gehen jetzt. Was müssen wir jetzt machen? Hat er gesagt. Ach so, wir müssen irgendwie Joseph wieder. Ah, die sind noch nicht so weit weg. Kohle? Josef liegt hier rum. Was ist? Nein. Okay. Wie? Ist das nicht so weit weg. Eben. Wie? Wie? Ja. Die. Na, die. Wir sind so lang. Die. Und wir lernen. Und wir sind einig. Wir haben sie. Ja, wir holen sie zurück. Nein. Prost. Machen sie, was sie getan haben, um zu helfen. Alles gut. Müll wühlen. Eine Frucht. Ja, kommen wir erst mal. What the hell? Was ist das du für Schmerzen? Jetzt sicherlich keine mehr. Oh, hier rein. Oh, die Kiste. Kann man die aber aufmachen? Ja. Na ja. Kann man es doch zum Verkaufen eigentlich nicht. Aber wir sehen es mal nicht so. Okay. Ist alles zu. Das braucht man ja nicht. Da ist die Tasche ordentlich. Entschuldigung, hätte man wohl nicht gebraucht, aber trotzdem. Wegschnurpsen. Echt, der Husten bei mir geht nur auf den Sack. Oh, Level up. Los, die machen wir schnell. So, da kann man das hier unten freischalten. Deswegen. Ja, tun hier alles aktivieren. Äh, was wir eben so können. Schnell weg. Oh, Level up. Ist ein Schatzjäger. Hm? Hm? Die stehen da überall hier. Oh. Am Brett hingeblieben. Jetzt können wir mal lang flitzen. Sind ja trotzdem ein paar Meter oben. Geld nehmen wir den Tisch mit. Da bleibt man doch gerne mal stehen. Äh. Hier runter. Also klar, wir müssen ja an die Kanalisation. Die ist ja wohl kaum oben. Oh, oh. Das ist ein Händler. Na gut. Spaß, kein Händlersprache. Eingang zur Kanalisation. Schon. Äh. Was jetzt? Ein Gefest. Ausweis. Aha. Ja, manchmal lohnt sich's doch etwas durchzugucken. Aber. Gott sei. Wir wollen uns ja nicht ewig an irgendwelchen Spuren suchen beteiligen. Wir wollen ja. In den Kanal. Au. Geh weg, du. Was. Jaguar. Das ist ein Ackmann. Wie elites, die sich redner nicht abonnt. Wie lege mich an. Ah. Was. ual. Oh. Ich habe einen Ackmann. Also kenne ich jetzt die Ackmann,. Ja. alle punkte und erfahrungen und was natürlich dann total geschwächt in die kanalisation wo meistens unheil okay messer oder irgendwas wie geht es rein komm rein müssen die kanalisation wir müssen Okay, in die andere Richtung, so, jetzt nehmen wir mal kurz mehr Energie. Zumindest ein bisschen, ich bleibe hinten mal hier noch was, aber. Oh, wie das da rumzieht. Ja, der hat mir jetzt gefallen getan. Die Stange nicht. Oh, die Waffe ist so eigentlich kaputt. Kick, kick. Ist schon Splatter mäßig, ne? Okay. Ich hab noch gesplattert. Ich hab viel Kohle einstecken gehabt, das lohnt sich. Das war schön. Guter Mensch, guter Mensch, äh Mensch vor allem. Das war auf einmal ein Mensch, aber. Und du? Eigentlich müsste er mir dankbar sein, er hat jetzt keine Kopfschmerzen mehr. Gut, äh, ein Snack. Oh, du nein! Necker mehr. Na, das bringt bei den Picken ja irgendwie nicht so. Ah, da bist du halt auch geballte Erfahrung. Ja, Kohle. Hehe. Ein Telefon hat er bei sich gehabt. Äh, Festnetztelefon oder ein Handy. Äh, also ein Smartphone. Na gut, Smartphone wird es wahrscheinlich schon erst gegeben haben. Ja, das ist ja auch schon wieder Schrott. Wie sieht das? Was kommt auf jetzt sonst hier? Ich werde es mal ein bisschen leichter, weil, ähm, meine Waffen gehen so schnell kaputt. Oh, du lebst. Oh, 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 oh. Oh, oh oh, oh. Just, fucking, die, oh. Oh, oh, oh. So, jetzt. Auf, hab ich jetzt eigentlich gehofft. Witte auch, witte Waffenschonung machen können. Hust. So. Witte, hier, 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 hier? Ne, wir müssen hier rum. Das ist ein klipprisch und ecklisch. Schnell weg. Uah. Wenn die so giftig sind, das mag ich nicht so. Suche ich eine Eingang-Polizeiwache. Okay, das ist jetzt hier. Schon wieder Polizeiwache. Ist das dieselbe, wie das letzte Mal auch? Scheint nicht so. Gut. Gucken wir uns erst mal oben mal sehen. Das ist unser Auto. Stimmt, da ist ja die Frau da drin. Ja, die wir retten müssen. Hab erreicht. Aufzeichnung. Ich war so exaustet, dass ich nicht helfen konnte, aber zu schlafen. Jetzt ist das Berichterpolizeiwache. Oh, wie. 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 Ich bin wirklich der Echte vorliegen. Ich her счette. Oh, wie. Ist doch okay, hier ist er kaputt. Oh oh. Wir müssen uns mal immer drauf gucken, was wir trotzdem so einstecken haben, damit wir uns austauschen können. Oh man! Hier ist kaputt, du Hörn. Da oben was ganz was. Da oben was. Hallo? Hey Sweetie, meine Amiche? Komm, wir brauchen erstmal die Tür ein. Zack mit Anheben! Ach du Scheiße! Was für eine tolle Idee! Au! Ich kann aber auch mit dem Quatsch im Hintergrund. Ich sehe die Meise. Oh nein! Ich glaube den großen werde ich immer meine Späße haben. Aber den kann man auch kaputtieren, wenn man genau pulle. Nein! Ja, der hört mich. Hä? Da ist jemand anderes? Herr Bist! Hä? 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 so, wir schießen den nicht mehr da ab mach das eigene schrott eigene schrott ohne schade, macht sie noch für den muss es sich hinten noch reichen au ja ja ist ja irgendwo ein bisschen was da her gott sei dank eingerastet das getränke help me das ist ja echt toll er hat mir auch geld warum wir das reparieren können ich habe nicht alles die sichel das ding auf jeden fall oi 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 komm die misst hier auch gleich mal mit hier beim notfall haben wir das immer noch einsteckt denke ich mir ja wir können ja vorher mal gucken was da drüben los ist das war ja doof wir könnten die aber auch reden die waren wahrscheinlich das ist das gefängnis gewesen so ein kleines gefängnis aber es ist dafür ruhe hier es hat also seine vorteile aber bevor wir den knast in der echten polizeistation betreten beenden wir die folge und hören uns und sehen uns am samstag wieder bis dahin macht es gut euer jahr guck mal nach